Ciao Leute, was geht und herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Tag an diesem wunderschönen Video oder andersrum zu diesem wunderschönen Video an diesem wunderschönen Tag. Leute, wir spielen das erste Mal Realm Royale, weil ich es mal ausprobieren wollte. Mit dabei sind Tobi und Schmocki. Wer wird das Schmocki zuerst vor? Ähm, Schmocki und Tobi. Ja Leute, herzlich willkommen. Wir spielen Squad, würde ich sagen, Leute, und fangen direkt an. Wir sind zu dritt in einer Gruppe. Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich noch ein Random dabei oder bleiben einfach nur zu dritt. Ja, kannst du ausmachen, kannst du ausmachen. Realm Royale, für viele, die es nicht kennen, ist so ein Fantasy-Battle-Royale-Spiel, was ein bisschen ist wie Fortnite. Von der Grafik her, ein bisschen aussehen wie WoW und es gibt verschiedene Items, die man zusammencraften kann. Es gibt Charts und so weiter und so fort. Das ist sehr umfangreich und ich würde sagen, wir jumpen jetzt einfach mal, ohne dass ich sämtliches Vorwissen habe, rein. Und versuchen einfach mal, das Beste daraus zu machen und versuchen natürlich direkt einen Win zu holen, oder Leute? Ich meine, High-Kill-Games, Leute, auf geht's! 200 Winz! Äh, Kills. Ne, ich glaube, es sind ja nur... Wie viele Leute sind es? Ja, ist gut. 100, ne? Ja. Ja, gut, okay. Tobi, was ist das Beste hier? Das Beste, würde ich sagen, ist Jäger. War der Krieger nicht krank und verpowert, irgendwie? Die sind alle stark, die sind alle stark, außer Magier ist, würde ich sagen, das Beste. Aber Krieger ist stark, Ingenieur, die Waffe ist stark, äh, Jäger ist, meiner Meinung nach, das OP-ste. Guck mal, wie sehe ich aus, Levi. So, man sieht jetzt hier schon diese WoW-lastige Grafik irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen WoW für billig. Ah! Man merkt aber auch irgendwo, sag ich mal, schon die Fortnite-Anlehnung, muss man sagen, ne? Ja, mit Z holt ihr euren Mount, by the way. Ja, das habe ich gesehen. Mit Mount könnt ihr schneller laufen. Ähm, ich würde sagen, wir gehen Karl... Kalten... Kalten... Wir gehen hier hin. Karl-Nibeldorf. Okay, sieht aus wie bei Fortnite hier, ne? So ein bisschen. Okay, Jungs, also, ihr fliegt... Drei, zwei, eins, müsst ihr nicht raus. Ja, ihr habt keinen Fallschirm, ihr landet direkt auf den Boden, ne? Das habe ich auch. Also, also, man stirbt doch dann. Spaß. Mein Fallschirm geht nicht auf. Mein Fallschirm geht nicht auf. Ich bin tot. Ah! 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 Oh, ich habe eine Kiste hier, warte, was ist da drin? Oh, ich habe eine... Uh, tschüss, die sieht geil aus. Schmocki, ich brauche Hilfe, hier ist einer mit einer Wache. Ich komme, ich komme. Ah, der wird mich abstechen. Schmocki, Hilfe, er wird mich umbringen. Ich komme, Levi, nein! Schmocki, ah! Ah! Ich bin der Hühnchen, ich bin der Hühnchen, werdet ihr gefädigt? Ich bin tot. Ich habe ein Hühnchen! Du Kleine... Ah! Hababa, hababa. Kommt her, ihr könnt gar nichts gegen mich machen. Ich habe meine Hüh... Ah! Ach so eine... Ich habe noch ein... Wow, tryhard! Oh, ich habe hier so ein Sprang... ein Schwert. Was ist schon wieder, so gut in dem Game? Wart mal, was ist da besser... Hä, wo hat man Munition? Habe ich... Tungen wir sind alle tot. Ja, warte, ich mach... Blitzixit und kill die kurz, warte. Hallo? Ah! Ja, Mann! Maschine! Loll, die Hitbox, Alter, die Hitbox. Ah, ich wieder, keine Uni! Junge, was ist denn mit dir gerade? Kannst du mal aufhören jetzt, Tobi? Oh! Blitzixit... Oh, die Musik ist aber geil. Au! Ja, und wie ihr seht, Leute, wird man dann zu einem Hühnchen und, ähm... Wie in Fortnite, nachmachen. Tobi, ganz kurz, wenn ich ausreden darf. Wenn man dann zum Hühnchen geworden ist, hat man 3 Sekunden Zeit. Wenn man innerhalb dieser 3 Sekunden quasi nicht genockt wird, ist man quasi wieder in-game und wird quasi da, wo man sich als Hühnchen befindet, dann wieder reingespawnt. Das Problem ist halt nur, man macht als Hühnchen dann die ganze Zeit Bock-Bock-Bock-Geräusche und dementsprechend ist es sehr, sehr schwierig tatsächlich dann wegzulaufen, weil es ist halt schon ziemlich, ziemlich laut. An sich eine coole Idee. Okay, äh, die erste Runde liefert echt super für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin zweimal gemessert worden, da war ich auch schon tot. Mein Fallschirm ging auch nicht auf und ich bin in der Wand stecken geblieben. Also bis dato, Leute. Ich möchte nur ganz kurz erwähnen, Leute. Realm Royale wird sicherlich nicht zu einem festen Bestandteil meines Kanals werden. Es sei denn, das Spiel entwickelt sich irgendwie noch in eine richtig coole Richtung weiter. Ich finde das Setting eigentlich ganz nice, aber ich denke, wir werden weiterhin bei Fortnite bleiben. Also bevor jetzt hier wieder irgendwer in die Kommentare schreibt. Ey! Also ich muss schon sagen, das jetzt als Fortnite-Klon zu betiteln, weiß ich nicht unbedingt. Es ist schon sehr eigen, aber es ist halt schon auch teilweise sehr gleich, ne? Also... Es macht einiges, es macht einiges anders so. Aber ich meine, so... Die Smite ist das glaube ich hinter Realm Royale, richtig? Äh, die sind... Äh, ja auch glaube ich mit irgendeinem MMO beklaut worden von Epic Games und haben sie einfach zurückgeklaut. Äh, wir nehmen jetzt mal den Jäger, Leute. Und machen direkt natürlich ein OP-Guide dafür. Und zwar kann man nämlich mit, ähm, mit F kann man nämlich so ein Geräusch machen, glaube ich, hört mal. Das ist so ein Veto-Geräusch, das kann man machen. Ja. Ja. Ja, cool. Das waren wir auch schon. Gut, ich würde sagen, wir landen in, ähm... Hilted Towers. Im, äh... In der Dreieinigungsangang... Drei... Was ist das? Dreieinigkeitsanhöhe. Dreieinigkeitsanhöhe? Was? Ja, landen wir in der Dreieinigkeitsanhöhe. Warum nicht? Alter, das ist eine ziemlich große Stadt hier, ne? Nee, oder? Und in welchem Jahr spielt das, äh, Schmocki, das Spiel? 1736. Alles klar. Schmocki, du lügst. Hier sind Heuballen. Und Heu hat mein erstes Wahn erfunden. 18974, du dummes Stückchen. Das ist mein Haus. Mein Haus. Geh weg. Boah, ich hab hier die geile Waffe. Das snatcht sich der Reh wie meine Fähigkeit. Meine Waffe. Kleine F***. Ich gebe mir die Waffe, bitte. Ja, ne. Schmocki, bitte. Okay, okay, okay. Warte, bei mir sind zwei Gegner. Ich werde gar nicht gekillt von einem. Nein, wo ist denn weg? Lass hin, lass ihm helfen, komm. Warte, der hat meine Kille abgestaubt. 48 Geld von mir bekommen, der ist gleich down. Robin. Das ist meine Chickencho. Oben aufm Dach irgendwo. Okay, krass. Ey, ich hab einen Dicken bekommen, Jungs. Ich hab auch einen Dicken. Von hinten irgendwo, von hinten. Ach, der hat mich angeschossen. Jetzt verstehe ich. Ah, nein, Aline. Und, er hat er jetzt, er hat er jetzt. Ich hab ihn. Was, du bist tot? Oh, 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 oh. Tobi, du bist ein Hühnchen. Ich hab einen Kill gemacht. Ich hab einen Kill. Ich hab zwei Kills gemacht. Ich hab zwei Kills. Und Tobi geil, geil! Ich habe auch zwei gekillt. Tobi, geh in den Boden rein. Jetzt macht es Spaß, wo ich Leute gekillt habe. Da muss man ja mal... Da reite ich auch mal ganz kurz hier rüber zum Haus. Achtung, hier paar Looten, Easter Egg über Kürbisse. Nee. Hier ist ein Spieler bei mir, Klaus. Nee. Da ist hier irgendwo ein Spieler, den habe ich gerochen. Achtung, Achtung. Spieler auf 9 Uhr. Hier ist schon wieder alles gelootet. Alles weg. Das geht ja nicht. Lass uns mal in die Jade-Gärten laufen, okay Jungs? Jade-Gärten, das ist so mein Leben, Alter. Ich bin Gärtner nämlich im echten Leben. Ja, glaube ich dir nicht. Ich habe schon zwei Kills, Tobi. Ich habe auch schon einen. Hast du auch mal mehr Kills als ich? Drei Hühnchen habe ich gehabt. Achtung, hier geht's tief runter. Hol' ich Pferd! Aua, mein Pferd ist geplatzt. Leute, mein Pferd ist gestorben. Ja. Siehst du den Jade-Garten da? Ich sehe die Jade und den Garten. Das ist meine Kiste hier. Ich sehe die Kiste, die ich mir jetzt hier gönne. Oh oh, Leute, was ist hier? Oh oh, hier sind Bambusbäume. Oh oh, hier sind gefährlich. Das macht gar keinen Spaß mit dir, Alter, ne? Hier ist alles looted, Leute. Nee, Schmocki, ich war zuerst da. Wer zuerst da hat gemalt, dem ist es aus dem Mund gefault. Was ist das hier? Vererbtes Gewehr, ist das gut? Nee, das ist von deinem Opa. Das ist sehr gut, ja. Ich kann ja gar nicht sehen, was für Waffen ich hier habe. Warte mal. Hier wäre es das Beste, bis ihr einen Bogen habt. Ich habe Schroflint und Giftpistole. Was? Du kleiner Lawiner, du. Schroflint ist schon stark. Mach doch mal 300er Hits. Ja, außer sie ist legendär oder so, dann ballert sie rein. Ich bin legendär. So schlecht kann sie gar nicht sein. Girls, boys, girls, gosh. Echt? Ich habe einen. Gib doch an. Mach ich noch. Ich springe runter. Lass mal schmieden, Jungs, komm. Schmieden, schmieden, schmieden. Ich schmiede mir. Ich habe gar nicht. Kann mir jemand ein bisschen was droppen? Kann mir jemand vielleicht ein paar Shards droppen? Ich glaube, man kann nichts droppen. Nee, kann man nicht. Ja, geil. Ich kann mir nur einen Rundselstrank machen, mehr nicht. Lassenwaffe ist ultra-okay. Ich habe gerade einen Boden oben. Tobi, kannst du damit aufhören? Tobi, was machst du da? Was ist mit deinen Armen los, Junge? Hä? Was? Siehst du das, Schmocki? Ja, sieht richtig aus. Hä? Was denn? Was ist los? Du hast die Waffe nicht richtig in der Hand. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Der Hammer ist magisch. Magisch, magisch. Du bist so magisch. Ich verzauber dich. Jungs, ich geh jetzt alleine weg. Lass mal weiter looten. Kommt weiter in die nächste Stadt. Kann schmieden jetzt. Mach doch. Ich brauche noch Sachen. Ich habe nur noch 55. Ja, wir brauchen unbedingt die Waffe, Digga. Ohne Witz jetzt. Ich habe die Waffe. So was sagen wir nicht mehr. Wir sind gefickt. Das müssen wir jetzt auch sensieren. Also, Thomas. Nicht wir. Zurückziehen ist das gut. Ich kann sich gucken. Sehr gut. Das ist die beste Fähigkeit von Jäger. Soll ich mir die holen? Weil ich habe momentan eine Leuchttrakete. Das ist halt geil, weil du kannst Leute durch die Wand sehen, aber... Ich habe jetzt 80 Schatz. Okay, Leute, wollen wir irgendwo anders hin? Ja, ich bin schon in den Schatz. Wir können Pilzwald chillen. Du kannst jetzt hier nicht schmieden, Schmocki. Guck mal auf die Borde. Siehst du das, Schmocki? Ich schmied die auch nicht, ich schmied die nicht. Du kannst vielleicht mal ein bisschen nachdenken, Schmocki. Ganz ehrlich, Alter. Ja, okay, sorry, ich halte dir das sehr ab. Oh! Eine Wüste, Alter. Neue Fortnite-Map. Davy? Komm, es klechen. Achtung und platze für er! Was kostet die Waffe, Tobi? Äh, ich weiß nicht. 90 vielleicht? Weiß ich gar nicht. Mein Pär ist nicht geplatzt, wo ich runtergesprungen bin. Davy, Pilzwald! Dein ist entscheidend. Die geben Rüstung, wenn man die isst. Ich vermiss Fortnite. Ist jemand bei mir oder so? Ich hätte die ganze Zeit geräuscht. Oh! Die Schmiede! Leute, Schmocki. Komm zu uns. Die schmieden gerade. Komm, wir hol die jetzt. Nicht vergessen, die Fähigkeiten einzusetzen. Ich vergesse die Fähigkeiten einzusetzen. Ich hab's auch vergessen. Ja, neben mir reitet einer. Einer, Jungs. Der wirft schon mit X, denn! Hab ihn! Gehen, Junge. Zerstören. Der Nebel! Der Nebel. Ich brauch 20 Shards. Wir haben 15. Wir kommen, das suchen. Ey, ich hab's immer noch nicht. Ja, so wichtig wäre das schon sein. Das ist mega wichtig. Ich hab 200 Shards. Okay, nice. Let's go. Macht das jetzt? Ah, ja, genau. Das zeigt die Leute durch die Wand, wie gesagt. Ja, aber wenn's Gold ist... Alle Miene! Hast du weniger cooldown? Alle Miene! Hermine! Wie macht man hier Emotes? Hey, da fliegt einer. Ja, die wollen uns jetzt ab. Komm, wir müssen weg. Nein, ich brauch die Waffe. Ich auch. Das war ein Spaß. Bleib hier, aber... Versteck mich. Die sind da, die sehen euch noch, ne? Boah, die werden uns echt pushen jetzt, ne? Schmocki, du bist jetzt gleich fertig mit dem Bogen, ne? Das war, glaub ich, ein Magier, glaub ich. Ah, Magier. Schmocki, nehm deine Waffe. Oh! Oh nein. Ich hab sie, ich hab sie. Komm raus. Mach ihn hier! Ab den dicken. Ja, ja, den dicken. Boah, ich hab ihn geklatscht. Okay, danke. Jungs, 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 wir werden gespammt. Einfach raus hier. Ich bin, ich bin Hühnchen, oh mein Gott. Nein! Oh nein, ich bin du... Tobi. Ich bin tot. Oh! Lauf, lauf, Demi, lauf. Nein, ich bin Hühnchen. Ich bin tot. Komm zu mir! Komm zu mir! Komm zu mir! Oh, die Musik. Wir müssen loslaufen jetzt, ne? Ey, ist das eine Broken-Fähigkeit, mein Lieber Herr! Ah, ah! Nein! Ich bitte wieder ein Hühnchen! Vater! Bitte lass mich ein Hühnchen sein! Ah! Mann, oh! Hä? Uns haben nur diese Grand-Ganaten getötet, ne? Auf jeden Fall, ähm, gut gebalanced, das Game. Macht ne Menge Spaß, Leute. Wir müssen das Spiel mit SPOTNIGHT SAFE ablösen! Dann bin ich mir fast nicht sicher, weil es hat Pferde! Und jeder junge Mann mag Pferde! Äh! Ja, war trotzdem ganz lustig. Hauptsache, ich hab mehr Kills gemacht als Tobi, nämlich vier. Ähm, äh, von daher passt das soweit. Was denn? Schmocki, du bist tot. Jetzt sind wir Platz 6 geworden, Leute. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Ich denk mal, die nächsten Wins kommen dann irgendwann auf Twitch, Leute. Lasst nen Daumen nach oben da. Schaut bei Schmocki und bei Tobi vorbei. BÜPFAN! 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 Bis zum nächsten Mal.